Servus Leute, was geht ab? Und zwar für dieses Video habe ich mir gedacht, komm, machen wir mal was anderes und zwar Frauen-Nationalmannschaft, Turnier. Und ja, heute spielen wir gegen Italien, obwohl Italien richtig schlecht ist als Nationalmannschaft, den Frauen. Also ich denke, dass wir das locker schaffen. Die sah gar nicht so schlecht aus. Die genauso, also die geht auf jeden Fall. Aber ich denke, wir müssen hier nicht die Frauen anschauen, sondern spielen. So, Anstoß. Ja, richtig geil hier mit den Frauen zu spielen. Ich boxe schon irgendwie. Also, guck mal die Skills an. Da ist sie frei. Schieß. Da ist eine, die heißt Pop. Ja, da weiß ich schon Bescheid. Auf jeden Fall Italien hier. Aber die ist richtig schlecht, habe ich gehört. Auch wenn man die Werte anschaut, ist sie richtig schlecht. Aber wir gehen hier weiter. Deutschland ist, glaube ich, die stärkste Mannschaft bei den Frauen. Die haben echt brutale Werte und schießt. Ja, da ist er. Richtig geiles Tor, Mann. War nicht schlecht. Die ist auch nicht schlecht vom Gesicht her. Oder was meint ihr, Jungs? Die war nicht schlecht. Aber gucken wir uns wieder mal das Tor. Richtig nice. So, jetzt können wir gehen. Wir sind zu dritt gegen zwei. Und wir laufen nice. Ja, ich habe es mal versucht. Scheiße. Wir haben ja kein Ronaldo oder so. Scheiße. Schöne Flanke. Ja, easy, easy. Boah. Fuck. So, jetzt kann sie gehen. Und Tor. Was? Scheiße, Alter. Das macht sie ganz super. Und hält diesen Ball. Und jetzt gibt es Ecke für die deutschen Frauen. So. Ja, guck mal, wie ich da rumlaufe. Weil das ist richtig easy, gegen die Time zu spielen. Scheiße, Mann. Na, egal, Jungs. Wir schauen wieder Eckball. Mal schauen, was wir jetzt machen. Flanke geht rein und und das war verdammt knapp. Ja, immer noch 1-0. Ja, das war die erste Halbzeit. Jetzt kommt die zweite und starten wir direkt mal. So. Schieß. Was für schieß ich meinen Pass? Boah, fuck. Ja. Und? Ja. Geht doch. Geht doch. Das ist ganz einfach, Alter. 2-0 für uns. Wir haben schon die drei Punkte locker, easy. Diese Runde haben wir schon die drei Punkte sicher. Hä? Was ist? Verlässt oder was? Boah. Ja. So, jetzt machen wir mit dem Torwart ein Tor. Komm. Komm. Laufen wir einfach durch. Guckt euch das mal an. Sie machen gar nichts. Obwohl ich Profi spiele. Ja. Eigentlich ist Profi auch nicht so leicht, aber guckt euch das mal an. Scheiße, Alter. Mit dem Torwart einfach Tor gemacht. Scheiße. Und ein weiteres Tor bescheidet, dass wir bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen können. So, jetzt sind wir ganz alleine. Komm. Das muss man machen. Versuchen wir mal von Weitem jetzt. Und dann zieht sie ab. Und dann zieht sie ab. Und dann kommt das Tor. Scheiße. Wie der reingegangen ist. Scheiße, Alter. Über weite Strecken waren sie das bessere Team. Und jetzt spiegelt sich das auch im Ergebnis wieder. Ja, hier sehen wir wieder die Wiederholung. Wie leicht der reingegangen ist. Richtig geil. Das ist wunderbar gemacht. Und der ist absolut gut. So, Leute. Das war's für dieses Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, mal was anderes zu sehen. Und ja, wenn ihr mehr von Frauennationalmannschaft sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Und ja, haut rein, Jungs. Peace.